willkommen zum zweiten teil der beschwörung sagen wir mal der drei königreiche und wir haben jetzt insgesamt noch 23 beschwörung die machen wir noch und dann ist gut ja was wir kriegen das kriegen wir da wird nicht mehr geld reingesetzt wir machen auch keine 10er mehr oder sonst was das sind die 23 beschwörung die noch kommen und dann ist das königreich erst mal beendet für uns und ich hoffe natürlich dass sie vielleicht noch irgendwie so durch so ein lucky punch nicht lubu sondern vielleicht zangfei oder sowas kriegen oder vielleicht auch einen von den neuen vierern ja hauptsache es ist was neues drei sterne muss jetzt nicht sein die haben wir alle also wer gut er fehlt ihnen haben wir schon er fehlt ihnen haben wir ihnen haben wir er fehlt er fehlt er fehlt auch die haben wir sie haben wir ihnen haben wir und sie fehlt im endeffekt alle fünf sterne bis auf lubu und zu yu und siau dun ja das sind ok dann würde ich mal sagen auf geht's mal gucken was kommt grün ist gut little john nicht gut alles was wir kriegen an monatshelden und so das geht alles dann in die in den soul exchange der dann irgendwann noch mal kommt das wäre natürlich schön wenn es eine diesen eins wären verfolgen halt einer immer überall egal wo man beschwört das ist immer season 1 dabei immer das ist halt etwas ich würde mal behaupten es würden viel mehr leute beschwören wenn zum beispiel bei season 3 oder bei season 4 nennen wir season 4 nicht nur season 4 und season 1 helden werden sondern wenn man da auch noch die chance hätte season 1 kann ja von mir aus da noch drin bleiben aber dass man auch die chance hat auf season 2 helden oder was natürlich am optimalsten wäre wenn man bei season 4 ist dass dann nur noch wenn man anderes portal damit reinpacken will diesen 2 oder season 3 mit dabei ist und im season 3 portal ist season 2 und season 3 und im atlantis portal ist season 1 und season 2 immer die vorherige season noch mit dabei glaubt mal small giant glaubt mal da würden viel mehr leute beschwören viel mehr mach das mal ok das war schön das war eine gute ansprache anscheinend aber solche ansprachen sollte ich glaube ich öfter halten funktioniert das auch oh die haben wir schon aber ist nicht schlimm sun chang 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 glaube ich richtig ausgesprochen ich weiß brauchen wir den blauen vier sterne das wäre schön wenn wir den blauen vier sterne kriegen würden vielleicht muss ich dem das spiel gleich nochmal eben zeigen ja das ist ja schlitzer brauche ich nicht ich brauche den hier das ist viel zu weit den season 1 mit drin ich weiß gar nicht mehr was kann der denn nochmal fügt dem ziel 355 schaden zu ja das ist doch schön jeder treffer von einem whale sollte ach ja whale protein soldaten genau er kann alle bannbaren bonifun ziehen ach ja das ist gar nicht mal so schlimm ja gar nicht mal so schlimm gar nicht mal so schlecht vielen klinge ok also er wäre es zu you ich sehe das jetzt gerade mal er hat nur einen anderen lakaien der brandschaden macht er hier macht er das gleiche 355 schaden dann ist er das pendant ok oh dann ich nehme beide und dich nehme ich auch keli le die haben wir schon wie gesagt es ist es ist nicht dramatisch schlimm wenn wir nichts kriegen wir haben ja genug zu leveln es ist ja nicht so dass wir jetzt hier gerade auf teufel kommen raus einen neuen fünfer beschwören wollen weil wir nichts zu leveln haben so ist es ja nicht deswegen deswegen ähm wenn was kommt ist es schön außer drei sterne und ähm ja gibt es irgendwo wieder diese überschneidende taktik hier oh ja hier oh ja oh warte also wenn das wenn das keinen fünfer gibt dann weiß ich auch nicht da ist es ja da das jetzt funktioniert okay das ist kein fünfer aber einer den ich wollte das ist schön das mache ich nochmal mal gucken ob das nochmal funktioniert ja es gilt also es das funktioniert mit mit den helden jetzt hier ankommen naja machen sollen naja jetzt nicht mehr ah schade funktioniert nur zweimal mach es aber nur einmal mache ich das noch das war lustig naja jetzt ist schade schade aber ich will ihn haben also ich zeige das dem spiel mal vielleicht funktioniert es ah da gibt es ja Lee mit Sangfei vielleicht muss man das spiel auf koreanisch oder so stellen das hat schon seinen reiz ja naja das geht nicht mehr schade hätten wir mal bei den zwei zwei sachen da lassen sollen als ich den vier sterne roten und die vier sterne gelbe gekriegt hätte da hätte das jeder zu hause nachgemacht Teufel komm raus bam 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 ja okay es ist immerhin einer weil der witz ist ich glaube bei irgendeinem von den drei sterne ist die beschreibung in deutsch falsch irgendwas war da er macht was anderes als da drin steht also was was hier minions angeht hier wirker also da kein irgendwas macht er da anders ich weiß aber nicht mehr welcher es war keine ahnung okay jo 23 warum habe ich es in der 26 stehen ich habe nur 23 gemacht wahrscheinlich nur die hier die ich hier drin hatte alles in Scuddy rein ja ich habe zwei von denen mehr brauche ich davon nicht machen wir das mal eben so ich hebe mir einen von den grünen dann auch noch auf hier so ja mit einem Schuhsoldaten okay das waren alle die brauche ich kein drittes Mal ach guck mal sie hatte ich noch nicht mal ach Sun ja schön dann ist ja umso schöner dass ich sie noch nicht hatte jawohl sehr cool okay ich dachte ich hätte sie schon gehabt okay also wie immer was ist jetzt das das Resultat wir haben 1 2 3 von den 4 Sterne wir haben alle 3 Sterne der einzige 4 Sterne der noch fehlt ist er der blaue und sonst die 5 Sterne also wie immer irgendwie ne die 5 Sterne die fehlen am Ende immer gut Lu Bu haben wir ja das ist dann so ich da gucken ja beim nächsten Mal das ist aber auch so ein Portal wo ich nicht am Rad drehen würde ja also da würde ich ähm nicht alles nicht nicht all in gehen oder so das ist so ein Portal wenn das das nächste Mal da ist dann macht man dann mal ein oder zwei Zehner was kommt das kommt was nicht das nicht da ist jetzt kein krasser Held so bei da sehe ich hier beim Zirkus tatsächlich Bobo Palin Suri die sehe ich da definitiv ähm weiter vorne oder weit vorne deswegen werden wir hier auch mit Juwelen beschwören aber das machen wir dann erst wenn hier der letzte Tag um ist weil da kommt nochmal ein 32 Euro Angebot das holen wir dann nochmal und dann lassen wir die Diamanten über das Spielfeld pränkeln gucken wir einfach mal was da so bei rumkommt und bis dahin werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Scully leveln dann ist die auch zeitnah doch Tisch vielleicht fangen wir dann noch neun drei Sterne an oder sowas mal gucken ich weiß es noch nicht wir werden sehen euch viel Glück beim Beschwören und wir sehen uns im nächsten Video macht's gut ciao ciao wir sehen uns im nächsten Video wir sehen uns im nächsten Video